So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Heißhockey-Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play NHL 2007 mit unseren Anaheim Ducks. Das nächste Spiel steht an heute zu Hause gegen die Nashville Predators, nachdem wir zuletzt im Derby gegen die Los Angeles Kings mit 4 zu 3 in der Overtime erfolgreich waren. Ja, ich bin gespannt, die Predators, ganz und gar kein einfacher Gegner, das ist Fakt, die Jungs aus Nashville haben ja durchaus eine starke Mannschaft, das schon immer sind. Immer ernst zu nehmen, gar keine Frage, aber ich denke, wir sollten in der Lage sein, auch dieses Spiel zu gewinnen. In dieser Liga kann ja bekanntermaßen jeder jeden schlagen, von daher bin ich optimistisch, dass wir hier am Ende die zwei Punkte vom Eis nehmen werden. Also, auf geht's gegen die Predators aus Nashville, es ist Montag und ich freue mich auf ein hoffentlich spannendes Duell. Ich hoffe hier natürlich auch, nicht von der Arbeit hier bin ich gekommen und da geht es doch gleich mal gut los hier mit einem Penalty gegen die Gäste. Carrier muss auf die Strafbank, zwei Minuten für hoher Stock, direkt vom Opening-Face-Off weg und das ist eine richtige Entscheidung. Ja, wie gesagt, ich war gerade noch arbeiten und jetzt geht es schön ans Video, also ich bin top motiviert hier, wenn auch leicht angestrengt, aber naja, ihr wisst ja wie das ist. Ja, aber naja, wir machen das Beste draus und da wäre es auch fast schon so weit gewesen, die Riesenchance, aber Pfosten oder Latte war es, ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, auf jeden Fall war da das Torgestell im Weg, fast die Führung für unsere Dax. Ah, das wäre natürlich der perfekte Auftakt gewesen, aber wir bleiben dran und aufgepasst, die Möglichkeit, McDonnell, Doppelchance. Aber wir können sie nicht nutzen, nächster Anlauf startet, Temo Celani, setzt sich dort ganz stark in Szene und angreift, was Celani scheitert. Aber bleibt dran, holt sich die Scheibe wieder, richtige Druckphase hier zu Beginn. Aber wir wissen unsere Überlegenheit noch nicht, zumindest in Tore umzumünzen hier. Nächster Angriffversuch, Wichneski setzt sich in Szene, kann er sich durchsetzen, macht das ganz stark, legt ab auf Perry. Aber der wird abgeblockt und ich glaube, die wenige Zeit, die wir noch haben hier im Powerplay, wird nicht mehr reichen, um die Führung zu erzielen. Zumindest nicht in Überzahl, aber wir schieben es wieder an, Nechko ist wieder vollzählig. Nächster Angriff unserer Seite und da ist die Führung, Corey Perry. 1 zu 0 für unsere Dax und ich glaube, das ist mehr als verdient. Der Start in dieses Spiel, ganz klar, ja, gut gelaufen für uns. Denn unsere Dax hier mit überlegener Spielführung, mit einer Chance nach der anderen hier zu Beginn. Und diese Führung nach nicht einmal sieben gespielten Minuten geht mehr als nur in Ordnung. Also der perfekte Start in dieses Spiel sozusagen. Und jetzt liegt es an den Gästen aus Nechko, den Beweis zu erbringen, dass sie mehr drauf haben. Aber, ja, ich würde mich ehrlich gesagt auch drüber freuen, wenn die weiter hier so dankbar spielen. Jetzt gibt es aber erstmal die Strafe gegen uns. Und aufgepasst, die Predators in der Offensive. Jetzt kommen dann dazwischen, zwei Minuten Powerplay Nechko. Strafe gegen Ryan Getsleff, zwei Minuten für Behinderung hacken. Mal schauen, ob das die richtige Entscheidung ist, die der Schiri da gefällt hat. Ja, der Schläger ist oben, kann man so entscheiden. Und dementsprechend nun natürlich die Gelegenheit für die Gäste aus Nechko hier im Powerplay zurückzuschlagen. Aber ich hoffe natürlich, dass sie das nicht tun werden. So, Chris Pronger an der Scheibe. Was macht er, unser Defensive-Mann? So, alles gut. Todd Fedorow hat die Scheibe unter Kontrolle und probiert es. Können Sie einfach mal, warum denn nicht. Aber wirklich viel kommt dabei nicht raus. Und Arnett dazwischen. Karia an der Scheibe. Und Federuk und wir können uns erst einmal wieder befreien. Sieht gut aus. Er probiert es einmal, aber Morrison im Kasten. Der Predators ist da. Karia hat aufgepasst. Sein Pass auf Arnett. Gut gespielt von Nechko. Aber Shigea ist da unser Goalie ganz aufmerksam. Und wieder die Predators mit Hartnell. Der auf Arnett. Der hat Platz ohne Ende. Und wieder unser guter Shigea. Aber der dann mit dem Fehler. Und Hartnell, und Hartnell ausgab. Scott Hartnell, Powerplay-Tor. Ja, es hatte sich so ein klein wenig angedeutet. Die Predators auf einmal mit einer Druckphase in Überzahl. Und jetzt wissen sie die Chance dann auch zu nutzen. Hartnell macht das natürlich auch ganz geschickt. Und da sieht unser Goalie dann am Ende alt aus. 1-1. Nechko ist zurück im Spiel. Aber was soll's? Es geht weiter. Aber gleich die nächste Strafe gegen uns. Also was ist denn hier los? Abseits dann. Powerplay für Nechko. Die Strafe gegen Todd Marsch. In zwei Minuten für hoher Stock. Das können wir jetzt hier natürlich überhaupt nicht gut gebrauchen. So, Strafe. Hä? Was war denn das jetzt hier wieder für ein Müll, den der Schiri da entschieden hat? Also... Ich wage mal zu bezweifeln. Ich glaube, das war mehr als offensichtlich, dass man das hier so nicht entscheiden kann. Also keine Ahnung, was das war. Fehlentscheidung vom Schiri. Und das wäre jetzt bitter, wenn es bestraft würde. Aber wir befreien uns. Bronger auf Pesson. Der setzt sich dort so weit so gut in Szene. Wird dann gestoppt. Aber Mohn und die Chance. Und jetzt gibt es die Strafe gegen Nechko. Und zwar gegen Paul Caglia. Wieder zwei Minuten für hoher Stock. Was ist denn hier los? Ein Penalty nach dem anderen gibt es hier. So. Ja, das ist wiederum die richtige Entscheidung. Also vier gegen vier jetzt. Das ist schon mal ganz gut. Nechko jetzt nicht mehr im Powerplay. So, Corey Perry setzt sich in Szene. Macht das stark. Aber leider ist es nicht das Tor. Aber jetzt ist er drin. Na bitte, Corey Perry. Zweiter Treffer für ihn heute. Ganz starke Einzelaktion. Zuvor noch gescheitert. Aber er setzt nach. Und dann mit dem Bauern-Trick und Rückhandschuss erzielt er das 2 zu 1. Die erneute Führung für unsere Ducks. Morrison zum zweiten Mal überwunden. Der Frust verständlich. Und unsere Ducks schlagen zurück. Sehr schön gemacht, dieses Tor von Corey Perry. Der ist gut unterwegs heute. So, und vielleicht können wir ja vor der Drittelpause noch eins nachlegen. Aber jetzt erst mal holen. Mit Platz für die Gäste. Legwound im Abseits. Und so werden uns die Predators so gut wie nicht gefährlich. Face-Off an der blauen. Geht an uns. Sehr schön. Buneus und Shakes an der Scheibe. Was macht er draus? So, ganz gekonnt. Und dann schlittert er aufs Tor zu. Aber trifft es leider nicht. So, Predators. Noch einmal mit Platz. Aufgepasst. 2-2. Aber am Ende kommt erst mal nicht viel bei raus. Aber die Predators bleiben dran. Wieder Tutu. Jordan Tutu. Aufgepasst. Wir können uns befreien. Und haben jetzt Powerplay. Auch wenn es nicht allzu viel Zeit ist. So, das erste Drittel nähert sich seinem Ende. Aber das denn Penner hat nochmal die Chance. Marschend. Im Nachsetzen aber ohne Erfolg. Und dann ist Pause. Nach 20 Minuten steht es hier 2-1. Und wird Ducks führen. Knapp, aber sicherlich nicht unverdient. Gegen Nechwe. Ein unterhaltsames Spiel bis hin. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. 40 Minuten haben wir noch vor der Brust. Also da ist noch einiges möglich. Gar keine Frage. So, und wir haben noch ein paar Sekunden Powerplay. Aber ich glaube, das wird wohl kaum reichen, um mir noch ein Tor nachzulegen in Überzahl. Aber wer weiß. 17 Sekunden noch, um genau zu sein. So, aufgepasst. Das Team muss so lang. Ihr verliert die Scheibe gleich erst einmal. Wieder Meier. Und das Powerplay ist wieder beendet. Nechwe wieder vollzählig. Und es geht also weiter mit 5 gegen 5. So, Federer hat die Chance. Sehr gut gemacht. Aber Morrison ist auf der Hut der Goalie der Predators. Ganz aufmerksam. So. Aufgepasst. Die Scheibe erst einmal wieder weg. Forever. Auf Hall. Auf Legrand. Da gibt sich Platz für die Gäste. Aber Legrand wird wunderbar abgeräumt unsererseits. Sehr schön gemacht. So, Corey Perry. Unser Zwei-Tore-Mann heute. Der ist richtig stark unterwegs. Und hat die Übersicht. Für Chris Kunitz. Und er macht das 3 zu 1. Führung ausgebaut. Zwei Tore Vorsprung nun für unsere Ducks. Und wunderbar inszeniert. Corey Perry mit einem klasse Pass. Und Chris Kunitz. Eiskalt als Vollstrecker. 3 zu 1. Nun also der Vorsprung für unsere Ducks. Sehr schön gemacht das Ganze. Ganz wichtig natürlich auch. Dieser Treffer gar keine Frage. So. Und nun natürlich die spannende Frage. Wie wird Nechwe darauf antworten? Und da kommen sie gleich mal zur Chance. Aber können sie nicht nutzen. Aber es gibt mal wieder einen Penalty gegen uns. Müssen wir gegen Saint-Shakes. Zwei Minuten für Behinderung halten. Ja gut, der hält er schon. Also kann man schon so entscheiden. Natürlich aber eine unnötige Aktion von Saint-Shakes. Muss man einfach sagen. So, Bursche-Mann. Der setzt sich jetzt hier alleine gegen alle in Szene. Und setzt sich auch durch. Ganz starke Macht 4-1. Traumtor von Bursche-Mann. Und dann Zaltor noch dazu. Was für ein Armer. Und schaut euch das mal ein, wie er sich da durchsetzt. Und dann mit der Rückgang zwirbelt er den irgendwie an Morrison vorbei. Ein traumhafter Treffer. Also noch schöner geht es eigentlich nicht. Geniales Tor von Bursche-Mann. Also meine Herren, ein Geniestreich, wie man sagen würde. Und somit steht es jetzt 4-1. In Unterzahl auch noch das Ganze. Aber wie gesagt, das war wirklich ein wunderschöner Treffer von Bursche. Wir nehmen gar keine Frage. 4-1 nun also der Stand der Dinge. Das sieht doch richtig gut aus für unsere Dax. Und ich will weiter gefordert. Aufgepasst. Die Gäste, sie kommen. Hartnell, schlechter Pass von ihm. Aber er kommt nochmal an die Scheibe. Scott Hartnell. Eintreffer hat er schon. Aber dieses Mal ist es Per Roar-Powerplay-Tor. Und ich will verkürzt zumindest. Nur noch 4-2. Ja, Hartnell hat mit dem Pass und Per Roar. Zunächst scheitert er noch. Aber setzt dann halt energisch nach. Und da triggert er dann keine Abwehrchance mehr. 4-2. Also Nechbill kommt zumindest erstmal wieder bis auf zwei Tore heran. Aber ob ihm das unbedingt viel hilft, ist eine andere Sache. So, Marsch ist im Abseits. So, es gibt den Face-Off. Dementsprechend Niedermeyer steht für uns bereit. Und ihn holt er sich sehr schön. Aber Scheibe gleich wieder weg. Ketzneffer hat sie wieder. Und setzt sich dort alleine in 10. Und der Schuss aus der Distanz dann. Aber leider ohne Erfolg. So, Headstream. Was macht er alleine? Headstream. Pass in den Rückraum. Aber da ist Morissen dann. Hartnell. Setz sich in 10. Ist Gott Hartnell auf dem Willmann Auge haben müssen. So, O'Donnell. Und das Platz wieder für Headstream. Der alleine gefordert. Macht das gut. Aber am Ende bleibt die Chance ungenutzt. So, Carrier. Wird abgeräumt. Chris Brunger. Nochmal Chris Brunger. Und die Chance für Selani. Sehr schön gespielt. Aber leider bleibt er zu ungenutzt. Arnott. Auf Carrier. Und es gibt schon wieder eine Strafe. Was soll denn das? Diesmal gegen Scott Wiedermeier. Zwei Minuten für Halten. Doch, das schauen wir uns natürlich nochmal an. Unser Käpt'n da in Aktion. Ja, aber was ist denn daran halten, Alter? Also, das kannst du doch nicht entscheiden. Hei, 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 hei. Also, zweifelhafte Schiri-Entscheidungen sind heute hier keine Seltenheit. Aber was soll's. Pelsen setzt sich in Szene. Macht das ganz gut. Aber Chance war so genutzt. Hartnell wieder. Ja, nichts da. Kein Durchkommen für ihn. Aber wir werden da auch selber keine Chance bekommen. So, Nechel wieder im Aufbauspiel. Iwitz verliert die Scheibe. Mohn an der Scheibe dran. Travis Mohn. Was macht er? Macht das ganz gut. Und dann probiert er es. Aber leider ohne Erfolg das Ganze. Und Iwitz wieder mit Platz für die Goodators. Per Gourm abseits. Partie unterbrochen. Vier Minuten und 44 Sekunden noch im zweiten Drittel zu absolvieren. Es steht 4 zu 2. Und aufgepasst. Die Goodators begünstigt durchs Powerplay hier natürlich mit ihren Chancen. Aber sie wissen sie zum Glück nicht zu nutzen. Und das ist wirklich auch gut so. Und wir kommen zur Befreiung. Und sind Jakes vielleicht mal. Jawoll. 5 zu 2. Und wieder ein Unterzahlto. Also, wir sind ja wirklich effektiv, wenn wir mit einem Mann weniger spielen heute. Und ein sehr schöner Treffer auch von Bruno sind Jakes. Der da einfach mal einen wunderbaren Schlagschuss raushaut. Und vom Innenpfosten noch abgeprallt geht das Ding hinter die Linie. 5 zu 2. Nun also die Führung für unsere Ducks. Der Vorsprung wieder auf drei Tore. Ausgebaut. Aber Nechville kommt direkt wieder. Aber wir befreien uns. Und haben damit keine Probleme. So, also ein Powerplay macht hier Nechville jetzt keinen Treffer mehr. Es bleibt beim 5 zu 2. Sehr schön, sehr schön. Das sieht doch richtig gut aus hier. So, und aufgepasst. Vielleicht kommen wir ja noch zu einer Chance hier. Vor Drittelende. Und da haben wir sie. Aber sie bleibt ungenutzt. Ach, no. Also, okay. Es gibt schon wieder eine Strafe gegen uns. Das kann doch nicht sein, Mann. Was ist denn mit dem Schiedsrichter los? So. 2 Minuten Powerplay. Ich hoffe, gegen Marsch. In zwei Minuten für hoher Stock. Ja, gut. Das ist schon eine richtige Entscheidung. Aber trotzdem. Es ist ärgerlich. Es ist auch unnötig. Wie viele Penaltys es hier gegen uns gibt. Also, wir sagen mal. Der Schiri entscheidet ja nicht alles falsch. Aber manche Entscheidungen sind schon sehr diffus. Egal, was soll es. 40 Minuten sind rum. 5 zu 2. Der Start der Dinge. Unsere Ducks. Also, mit drei Toren Vorsprung hier gegen die Predators. Aus Nechville. Es sieht richtig gut aus. Und wir sind auf Kurs, auch dieses Spiel zu gewinnen. Aber noch sind 20 Minuten zu gehen. Und wir merken uns. Nechville hat auch noch Powerplay hier. Also, da kann schon noch einiges passieren. Todd Marsch. Er schmollt auf der Bank. Aber das hat er sich selber zuzuschreiben. Also, diese Strafe war leider Gottes gerechtfertigt, die gegen ihn ausgesprochen wurde. Aber naja. Da haben wir zum Checks. Der schon einen Treffer hat heute. Oh, der probiert es gleich nochmal. Wird geploggt. Nochmal die Chance am neuesten. Ist da. Und geht ja auch direkt auf Nummer sicher. Der Goalie. Der Jungs aus Nechville. So. Und Chris Longer probiert es. Aus der Distanz. Satter Schuss. Aber Pevoli ist da. Pevoli ist da. Pevoli. Aufgepasst. Die Predators immer noch in der Offensive Hartnell hat die Chance. Niedermeier. Pass auf Pesson. Das macht er. Versucht sich da durchzusetzen. Das klappt dann auch. Travis Moon. Oh, der probiert. Schade. Verzieht ein kleines Stück. Und dann ein schlechter Pass. Und Sino Donald muss das Spiel neu aufbauen. E-Red. Das macht er. Pass auf Pevoli. Oh, gut gespielt von den Gästen. Aber die Chance bleibt ungenutzt. Satter. Hartnell. Satter. Und Ryan Getzleff. Spielaufbau unserer Dax. Wir haben die Unterzahl-Situation gleich überstanden. Und kommen nochmal zur Chance. Da, Getzleff. Aber er trifft die Scheibe nicht voll. Deswegen geht der Schuss. Beziehungsweise der Schussversuch dann am Tor vorbei. Aber wieder die Predators in der Offensive. Aber Erfolg. Aber aufgepasst. Immer noch die Gäste. Und Pfosten. Sie werden immer gefährlicher. Und es gibt schon wieder eine Strafe gegen uns. Alter, hör doch auf. Wieder Tottenmarsch. Schon zwei Minuten Verbindung erhalten. Mann, was ist denn das? Aber auch diese Entscheidung ist richtig. Das kann ja echt nicht sein. So, sind Shakes. An der Scheibe. Setze ich da ein. Seine Bühne sind Shakes. Aber naja, was soll ich sagen. Sagen wir mal so. Wir sind ja so gesehen in Unterzahl teilweise noch gefährlicher, als wenn wir zu fünft spielen hier. Zeigt ja die Statistik. Wir haben ja schon das eine oder andere. Unterzahl Tor erzielt heute. Das ist also gar nicht mal so schlimm am Ende. So, sind Shakes. Befreit uns da erstmal. Sehr gut gemacht. Zehn Minuten noch zu spielen. Also, es muss schon viel passieren, dass wir diesen Vorsprung hier aus der Hand geben, sage ich mal. Auch wenn Nechwin stets gefährlich ist. Aber wir machen das schon ganz gut hier. So, Travis Maun. Und raus, das Ding. Sieht einfach gut aus, wie unsere Ducks das machen. Sehr abgeklärt, das Super-Leben. Wie ein Spitzenteam eben. So, Sullivan. Schlechter Pass. Travis Maun. Da geben sich natürlich auch mal Räume für uns. So, und die Überzahl-Situation für Nechwin. Gleich wieder beendet. Kyria hat die Chance. Also, ich sage ja, ungefährlich sind die Gäste nicht. Gar keine Frage. Aber sie lassen viele gute Chancen auch liegen. Und das ist auch gut so. So, aber aufgepasst bei Raw. Ganz starke Einzelaktion eigentlich. Aber wieder kein Tor für Nechwin. So, Travis Maun. Die Zeit läuft und läuft. Es steht nach wie vor 5 zu 2. Also, das sieht schon gut aus hier. Ich glaube, den Vorsprung verspielen wir nicht mehr. Niedermeyer am Abseits jetzt. Face-Off an der blauen Linie demzufolge. Und er aufgepasst. Hall. An der Scheibe. Was macht er? Legt ab auf Scott Hartnell. Und das ist gut gespielt. Adam Hall verkürzt. 5 zu 3. Nechwin schöpft nochmal Hoffnung. Und verkürzt. Gut rausgespielt das Ganze. Ja, und dann ist es eigentlich ein leichtes für Hall. Die Scheibe da zu verwerten. Den muss er schon machen. Also, nur noch 5 zu 3 der Vorsprung. Für unsere Ducks. Zwei Tore haben wir noch. Gut. Auf die Bedaiters. Aber ich denke trotzdem, dass der Vorsprung reichen sollte. So, Chris Pronger probiert es. Aber der Goalie ist da. Wieder Pronger. Wir müssen abwarten. Sonst wäre es Abseits gewesen. Und die Möglichkeit. Aber wieder ist die Scheibe weg. Und da ist Platz für die Bedaiters. Aufgepasst. Zum Glück. Zum Glück. Lassen Sie die Chance liegen. Denn wenn Sie hier das 5-4 machen, dann wird es nochmal richtig eng. Aber so lässt es sich aushalten. So, Wichniewski Abseits wieder. Eine Minute und 19 noch. Also von der Sache her sollte das zu packen sein. So, Corey Perry verliert die Scheibe. Na klar. Aber aufgepasst. Kunitz. Jetzt gibt es mal die Strafe gegen Nechbl. Letzte Minute des Spiels läuft. So, aufgepasst. Schlechter Pass da. Oh, aufgepasst. Das Ding ist drin. Aber es gibt ja die Strafe gegen die Gäste. Und zwar gegen Hemmjus. Zwei Minuten für hoher Stock. Ich glaube auch, das ist keine richtige Entscheidung, die der Schiedsrichter da gefällt hat. Aber uns soll es egal sein. Da spielt uns jetzt ja natürlich alles in die Karten. So, Temus Solani probiert. Schade. Haben wir aufgepasst. Chance immer noch. Am Werken. Fedorock, Groner. Alleine. Ah, schade. Schüss, Bunger. Wurst stütze ich da irgendwie durch. Aber am Ende ohne Erfolg. So. Das müssen. Befreit die Predators. So. Und sie haben jetzt auch gerade den Goalie vom Eis genommen. Das ist jetzt natürlich die Chance hier, das 6 zu 3 zu erzielen. Temus Solani. Was macht er? Muss nochmal zurück. Legt ab. Andy McDonald jetzt hier mit der Chance. Und das ist es. 6 zu 3. Da wird der Powerplay-Tor von uns. Für Dax Andy McDonald, der Torschütze, kurz vor dem Ende. Und für alle, die an uns gezweifelt haben, das dürfte jetzt die endgültige Entscheidung sein. Und damit haben wir den 3-Toren-Vorsprung wiederhergestellt. Natürlich nicht das ganz große Können jetzt hier. Aber egal. Was soll es? 12,7 Sekunden noch. Also das dreht Nechvel nie mehr. Und somit sind wir also auch in diesem Spiel am Ende. Der, denke ich, auch durchaus verdiente Sieger. Auch wenn uns die Predators lange Zeit gut Paroli geboten haben. Aber der Sieg ist nicht unverdient. So, und das war es. Das Spiel ist zu Ende. Und wir gewinnen mit 6 zu 3 gegen Nechvel. Am Ende, wie gesagt, ein durchaus verdienter Sieg. Und wir sacken damit die nächsten wichtigen Punkte ein. So, während die Spieler das Eis verlassen, schauen wir uns jetzt natürlich noch die 3 Stars an. Und der dritte Star ist heute Scott Hartnell mit einem Ton und 2 Assists. Der beste Mann bei den Predators. So, dann der zweite Star ist Borsche Min mit seinem Traumton und einem Assist dazu. Und der erste Star ist Borsche Min mit 2 Treffern und einem Assist. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ein rundum erfolgreicher Montag, 6 zu 30 gegen Nechvel. Aufgabe erfüllt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, jetzt bei NHL 2007. Also bis dahin, macht es gut. Und ciao.